Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um Lambda-Funktionen. Lambda-Funktionen sind eine coole Sache. Warum die Dinger Lambda heißen? Weil sie auf dem Lambda-Kalkül basieren. Da habe ich auch Videos dazu, wenn ihr euch die mal angucken wollt. Einfach auf meinen Kanal und nach der Playlist der Lambda suchen oder einfach auf der Webseite gucken. Da sind die natürlich auch drauf im Bereich theoretische Informatik. So, was sind Lambda-Funktionen? Lambda-Funktionen sind Funktionen, die aber in einer Zeile quasi geschrieben werden können und deswegen auch in eine Variable gespeichert werden müssen. Das sind nämlich sogenannte anonyme Funktionen, weil sie an sich keinen Namen haben. In Java, ich nehme jetzt hier mal die Java-Schreibweise, schreibt man sich das ganze Ding einfach so. Und zwar, ich habe ein Integer A als Parameter und ein Integer B als Parameter. Nur Beispiele können natürlich auch andere sein. Und die werden abgebildet auf zum Beispiel A mal B. Das ist dann einfach eine einzige Zeile, eine Funktion und die nimmt zwei Parameter und bildet es ab auf einen neuen Wert und dieser Wert wird dann am Ende auch ausgegeben. Das heißt, wir haben hier den Rückgabetyp ohne Return, ohne irgendwas und hier vorne haben wir Integer A als ersten Parameter, Integer B als zweiten Parameter. So, da das Ding jetzt aber eine anonyme Funktion ist, funktioniert das so nicht. Wir müssen es entweder in eine Variable speichern, also zum Beispiel sagen wir hier, wir wollen das Ganze in eine Funktion, ich nenne es jetzt wieder var, weil das mit den Typen ist ein bisschen komisch, in eine Funktion, in eine Variable var, Funktion ist gleich. Das heißt, wir müssen es irgendwie zwischenspeichern. So, und jetzt gibt es hier auch noch ein paar coole Schreibweisen, nämlich man kann diese, oh, upsala, das war so nicht geplant, man kann diese Parameter weglassen, das braucht man auch nicht schreiben. So, und dann wird jetzt einfach hier, werden zwei Zahlen abgebildet auf A mal B. Das ist die Java-Schreibweise, ich finde aber ehrlich gesagt, die Python-Schreibweise von Lambda-Expressions sogar noch fast ein bisschen besser, die zeige ich euch jetzt. Man nimmt einfach dasselbe, was wir hier hatten. Man sagt einfach Lambda A, B und danach kein Pfeil, sondern einfach ein Doppelpunkt und danach können wir machen, was wir wollen. Wir können hier natürlich auch noch irgendwie Sachen vergleichen oder sowas. Und ja, das Ergebnis wird dann eben wieder zurückgegeben und wir haben hier sozusagen auch wieder die Multiplikation. Also hier kann man hinten dran wirklich alles schreiben, was man möchte. Aber es ist im Prinzip einfach eine weitere Möglichkeit, eine Funktion zu definieren. Das heißt, im Endeffekt wäre das hier, was wir hier geschrieben haben, Function FKT, also das, was wir hier als Variable gespeichert haben, kann man dann so aufrufen, FKT von 42 und 1337 und das würde mir hier ein Int, keine Ahnung, Ergebnis ist gleich. So, und das würde mich hier einfach diese beiden Zahlen hier multiplizieren. Im Endeffekt wäre das dieselbe Funktion, wie wenn wir hier schreiben A, B, wenn wir es jetzt untypisiert lassen und dann sagen wir hier, okay, Return A mal B. Das ist genau dasselbe, wie das, was wir hier in dieser einen Zeile geschrieben haben, nur dass wir eben hier oben drei Zeilen gebraucht haben. Und manchmal möchte man das, manchmal braucht man das, warum auch immer, also man hat eigentlich nicht unbedingt einen richtigen Vorteil dadurch. Man hat es halt alles hier kompakt und die Funktion an sich hat keinen Namen. Das heißt, wir können hier, wenn wir uns an die Funktion Bar aus dem Video zu Function Pointern erinnern, wir können hier auch direkt sagen Lambda A, B auf A mal B. Das heißt, wir haben diese Funktion nur da drin und sie existiert nirgendwo sonst in dieser Bar. Das heißt, die Bar-Funktion weiß, was sie zu tun hat, sie bekommt ihren Function Pointer, den sie wollte, wenn ihr euch an letztes Video erinnert, aber danach hat diese Funktion keinen Mehrnutzen mehr für uns und wird wieder gelöscht sozusagen, weil wir ihr keinen Namen gegeben haben. Sie ist quasi keine Variable, die wir permanent zur Verfügung haben, sondern sie ist einfach nur die ganze Zeit da. Das ist der Mehrwert, in Anführungsstrichen, den wir durch Lambda-Funktionen haben. Wir können sie auch in anderen sinnvollen Funktionen nicht in Bar oder sowas benutzen, also sowas wie Filter oder sowas. Kommt auch super mit einer Lambda-Funktion zurecht und deswegen macht man das da auch relativ häufig. Und ja, wie gesagt, Function Pointer braucht man auf jeden Fall. Lambda-Funktionen sind Geschmackssache, man muss es nicht machen, man kann es aber machen. Und es spart ein bisschen Rechenzeit tatsächlich. Gut, das war es von meiner Seite. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen weiter mit anderem Stoff. Vielleicht widmen wir uns schon unserer Objektorientierung, aber ja, das schauen wir dann mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.